So liebe Leute, herzlich willkommen zurück in Crusader Kings 3 mit unserem kleinen Stamm aus Rügen. Wir machen heute fleißig weiter, denn wir wollen noch wichtige Bündnisse eingehen, versuchen uns ein bisschen abzusichern. Hier, wir schauen uns mal ein bisschen unsere Nachbarn an. Wir haben hier Volgast. Er hat den Titel Häuptlingstum von Volgast und Häuptlingstum von Werle. Das sind zwei Provinzen. Theoretisch ist der Kollege genauso aufgestellt wie wir. Dann haben wir im Süden Brenner. Dieser hat Häuptlingstum Brenner. Wo ist das? Okay, Wilsner. Und okay, der hat drei. Ich würde fast, er hat bloß ein Kind. Tochter. Und die ist erst zwei. Und eine sehr, sehr junge Dame. Wir gucken uns mal Lübeck an. Wie sieht es hier aus? 37. Und sein Haupterbe ist 18. Ah, ärgerlich. Die ist schon verheiratet. Das wäre jetzt perfekt gewesen für unseren Sohn. Schade, 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 schade. Okay. Dann versuchen wir mal im Osten zu schauen. Wen haben wir denn hier? Den Häuptling. Sein Sohn ist sechs. Ich gucke jetzt wirklich nach potenziellen... Oh, er ist nicht verheiratet. Häuptling von Slupsk. Okay. Heirat arrangieren. Wo ist denn meine Magdalena? Da ist sie. Empfänger ist er. Ha. Wird annehmen. Es ist eine tolle... Das geht natürlich nicht. Es ist eine tolle Dynastie. Problematisch wird es, wenn unser Sohn aus irgendeinem Grunde nicht überleben sollte. Und unsere Tochter dann verheiratet ist und sozusagen Vasall wird. Spannend wird es. Wir machen es auf jeden Fall, weil es ein Bündnis ist. Oder ist mir das zu heikel? Das Verlöbnis. Oder suchen wir einfach eins größer? Wir riskieren es. Ein bisschen Spaß muss sein. So. Dann suchen wir uns noch. Da haben wir Großpolen. Na, der ist doch ein bisschen größer aufgestellt. 17 ist die junge Dame aus Polen. Wismila Piast. So. Ich verheirate momentan meine Kinder nach... Wie sagt man? Nach Bündnissen. Wird nicht annehmen. Oh, warum? Gesamt Oberhäuptling Simovic steigt durch Heirat ab. Meinung von Oberhäupt. Das ist Simovic? Mhm. Aha. Patrilineare Heirat. Ja, wenn ich das Ganze hier matrilinear mache, reizt auch noch nicht. Okay. Schade. Das wäre jetzt ein Bündnis gewesen. Das hätte ein bisschen halten können. Wie sieht es denn mit der Lausitz oder Böhmen aus? Hat Böhmen denn was anzubieten? Von Pösen. Sohn. Fünfzehn. Mhm. Puh, die ganzen... Wie sieht es mit den Dänen aus? Schauen wir doch mal hier rein. Wen haben wir hier? Sohn. Jarl Baxek. Oh, hat der Titel. Wahnsinn. Hier sieht man das dann, wie das aufgegliedert ist. Wahnsinn. Haupt-R bis R. Auch S12. Also wirklich hier oben im Norden bei den Stämmen alles sehr jung. Was? Wann haben wir denn hier? Tochter. Was ist, wenn deine Tochter meinen Sohn heiratet? Nehmen sie nicht an. Die mögen uns nicht. Die mögen uns nicht. Lübeck hatte keine, ne? Doch. Aber die ist schon verheiratet. Brenner hatte. Wir können uns Brenner sichern. Mit einem Verlöbnis. Sieht es mal auch ein bisschen. Ich weiß noch nicht, was dabei rauskommt. Bin ich gespannt. Auch nicht. Was ist da los? Ach so, weil es seine einzige Tochter ist. Ja, verstehe. Wenn er jetzt noch einen Erben hätte. Wir würden so, würden wir natürlich, wenn es seine einzige bleibt, würden wir die ganze Provinz erben. Wen haben wir denn hier? Auch ein Sohn. Sah jetzt ein bisschen weiblich aus. Entschuldigt. So, hier ist er schon wieder anders. Hanna Lusici. Aus diesem Haus. Ich gucke noch mal ganz kurz, ob hier Nachbarsreichweite. Hier, er hat einen Haupterben. Haupterben? Nee. Von Spreewald? Häuptling Jaromir? Warum ist sie Erbin? Höfling von Häuptling Jaromir. Wie kann das sein? Er hat, Moment, Häuptlingstum von Spreewald. Häuptlingstum von Levus. Er hat einen Sohn. Unverate ist. Befindet sich in Spreewald. Zwölf. Erbe. Ah, Erbe von Häuptlingstum von Spreewald. Ah. Kann das sein, dass es jetzt eben Buggy war? Dass hier ein anderes Bild angezeigt worden ist? Gut. Okay. Kann sein. Hier haben wir aber Hanna. Probieren wir die doch mal zu arrangieren. Mit unseren... Also jetzt langsam kriege ich meinen Sohn nicht verheiratet. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann suche ich mir einer aus. Dann können wir noch ein bisschen südlicher. Was haben wir denn hier? Wie sieht es aus? Auch nicht. 16. Es wird besser, glaube ich. Wen haben wir hier? Haupterbe. Sohn. Hier gibt es ja noch einen richtig krassen Checker. Der hat es richtig drauf. König Ludwig II. Der Deutsche. Vielleicht hier im Norden. Vielleicht haben wir hier ein bisschen was. Haben wir Glück. Wir gucken doch mal. So. Hinter der Elbe. Das wäre doch gar nicht so schlecht. Wen haben wir denn hier? Okay. Er hat auch eine Menge Titel. Der Kollege. Danneberg. Stendal. Aha. Keine Kinder. Geschwister. Ludolfinger. Kriege ich die jetzt mit meinem Sohn verheiratet? Ich gucke nochmal. Interessiert mich. Ne, ne. Unmöglich. Minus 1100. Anderer Glaube. Da geht es schon los. Gut. Okay. Dann suchen wir für unseren Sohn. Haben wir leider kein Bündnisoption. Ich habe jetzt zumindest keine gefunden. Dann gehen wir das anders voran. Er ist ja eigentlich schon ein Schmucker. Er sieht auch schon aus wie ein Zukunftiger. Mal gucken, wie wir den noch hinbekommen. Bin ich mal gespannt. So sieht es. Wir suchen ihn eine Ehepartnerin. Dann versuchen wir mal ein bisschen seine Schwächen auszugleichen. Und natürlich die richtigen Trats zu finden. So. Maximal 5 Jahre Altersunterschied. Höchstalter. 25. Erwachsen. Ja. Fruchtbarkeit. Gesundheitsstatus. Gesund. Religion. Lassen wir mal außen vor. Kultur. Eigenschaften. Das ist interessant. Vererbliche Eigenschaften. Das hier ja. Kerngesund. Aha. Aha. Litauisch. Rostislava. Boah. Die hat Bildung. Perfekt. Das was er nicht hat. Wandernd. Niedrige Geburt leider. Wir lassen mal das Vererbliche weg. Haus Asparokid. Mögliches Bündnis. Grafschaft von. Wo ist das? Okay. Ganz weit weg. Ich versuche mir ein bisschen zu organisieren. Hier wo die Bündnisse sind. Okay. Wir gucken mal kurz nach den Filtern. Keine niedrige Geburt. Das ist schon mal interessant. Einfach mal zu schauen, was hier so drin ist. Es ist überschaubar. Was ist sie denn? Der hat einen lustigen Hut. Oh. Nee. Erst mal gucken. Moment. Wo ist das? Das ist auch hier unten. Vieles hier. Man sieht es ein bisschen schlecht. Hier sind wir Bulgarien. Da kommen wir irgendwie ran. Stammler. Diplomatie minus zwei. Nachsichtig. Hinterlistig. Gierig. Lüstern. Schüchtern. Ungeduldig. Lüstern. Arrogant. Faul. Alles klar. Alles klar. Nee. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Ich kann auch eine niedere Geburt nehmen. Geht aber nur Prestige zuwachsen. Nur mit denen. Da ist die wohl noch am besten aufgestellt. Bucklig. Vererbbare. Schlau. Oh. Das ist doch die Rostislava. Die haben wir doch schon gesehen. Eifera. Russisch. Gleiche Religion. Kultur. Russisch. Vergeht. Rostislava gefällt mir. Mhm. Oh. Was hat sie hier schon? Sie betet schon. Alles klar. Okay meine Lieben. Dann haben wir eigentlich alles eingestellt. Wir können mit dem Spiel starten. Und das ist in der zweiten Folge. Interessant. Kriege schauen wir dann. Wenn wir ein bisschen vorankommen. Lassen wir mal laufen. Und Erschiefen bin freigeschaltet. Bis dass der Tod uns scheidet. Alles klar. Ich nehme die vorgeschlagene Heirat an. Euer Höfling. Meine Bekanntschaft. Sophia. Da kommen jetzt noch ein paar. Wir haben in der letzten Folge auch ein paar eingestellt. Nächste. Barney mit Lucia. Das ist super. Gerne soll euer Sohn und Erbe den heiligen Bund der Ehe mit mir eingehen, wenn es an der Zeit ist. Gezeichnet. Rostislava. Aha. Wann denn? Ja. Gefällt mir. Es war noch niedrige Geburt, aber das kann sich ja noch ändern. Ab wann darf er denn heiraten? Er ist 15. Wird doch Zeit, oder? Mit 15? Ist das nicht zu spät? So. Die Hochzeitsfeierlichkeiten. Meine Hochzeit mit Häuptling Radomila. Ach so. Die ist jetzt auch ganz frisch gewesen. Ah. Interessant. Ja. Nimm mal die 75 Dukaten mit. Wir können es gebrauchen, damit wir ein bisschen liquide sind. Bezahlen wir dafür. Bündnis mit Häuptling Jaromil von Stups geschmiedet. Das ist gut. Das ist der Kollege hier hinten. Das passt ganz gut. Und zwar hat der meine Magdalena verlobt. Sehr schön. Wo ist sie? Befindet sich noch bei uns. Alles klar. So. Wie sieht denn sein Beziehung aus? Er hat immer noch. Er unterrichtet immer noch unseren Sohn. Aber noch sind die Beziehungen nicht besser. Das können wir hier machen mit dem Komplott. Okay. Weiter geht's. Da müssten eigentlich noch ein paar, äh, ein paar Hochzeiten gefeiert werden, oder? Oh, jetzt haben wir doch mal ordentlich Männer. Schaut mal, wenn ich jetzt mal auf die 860. Also wir können theoretisch schon Krieg erklären. Oh, ich würde das auch ganz gerne zeitnah machen, um uns ein bisschen, uns ein bisschen Sicherheit zu verschaffen. Dann müssen wir mal schauen, was die hier eigentlich mitbringen. 320, 270, nix, nix anscheinend. Der gefällt mir eigentlich als Opfer am besten. Wir müssen den ein bisschen studieren, wie der aussieht. Er hat ein Kind, eine Tochter. Er ist aber noch jung, 21. Wir gucken noch mal ganz kurz, ob wir dem nicht, wenn wir den Krieg erklären. Einfallenden Königreich, das geht, äh, ist niedriger als erhaben. Das müssen wir, glaube ich, irgendwie machen. Das geht, glaube ich, sonst nicht. Ne, das geht nicht. Ich muss erst, ich kann nur Grafschaft erobern. Irgendwie habe ich hier einen Anspruch. Und er ist unterlegen. Er hat 595 und wir hatten über 800. Kostet mich bloß 50 Glauben. Und wir sind tribalistisch. Was könnte denn klappen? Versuchen wir uns erst noch ein bisschen aufzustellen. Bin da noch nicht so überzeugt von. Champion is old. Oldrich. Champion 9, ja. Wir gucken gleich. Ja, wir wechseln ihn gleich aus, ne. Oldrich. Ah, kostet mich wieder was, ne. Was kostet mich das? 3. Okay, das geht. Die können wir bezahlen. So, Oldrich. Und der kriegt von mir auch. Furtner überquert Gewässer ohne Vorteilsmalus. Krass. Fähige Taktiker. Schüchtern. Und dem, den geben wir gleich eine Heirat. Oh, gibt es da keine? Ah. So, wie alt ist er denn, der Gute? 33. Geben wir ihm doch die Cornelia. Perfekt. Oder die Skizia. Unsere liebe Dame. Kann nicht schaden, denn die. Oder? Oder die 37. Viele Kinder kommen dann nicht mehr zustande. So, wir probieren es. Vielleicht ändert sich ein bisschen die. So. Vielleicht ändern sich ein bisschen die Beziehungen hier. Geschenk schicken. 21. Aber es ist Anspannung für uns. Ich würde ganz gerne die Meinung ein bisschen anders regeln. Nicht nur mit Geld. Gucken wir. 483. Ordentlich jetzt gestiegen durch unseren neuen Chef in der Aushebung. Das sind 900. Fast. Gucken wir doch mal. Champion. Wo war das mit den Champion? Eure Armee. Da haben wir jetzt einen Uldrich drin. Perfekt. Ja. So. Zwingen. Zwingen. Ratsverwalter. Radomir. Den zwingen wir auch mit rein. Und den Stratz nehmen wir auch mit. Haben wir noch ein paar. So. So. Ja. Sollten wir den Angriff gleich machen? Ich weiß es noch nicht. Er hat noch keine Bündnisse geschlossen. Mhm. Wird spannend, weil es nicht so deutlich ist. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee für die nächste Folge. Wir haben jetzt genau 901 Aufgebote. Überlegene Güte. Aha. Was das heißt, weiß ich noch nicht. Domänen haben wir zwei. Wir müssen dann theoretisch schon eine Domäne weitergeben. Aber kann ich nicht. Ich habe das doch hier gesehen. Kann ich hier nicht. Charakterik. Wenn ich das hier mache. Begrenzte Stammesautorität verabschieden. Stammes. Stammes. Stammesherrscher mit nicht-tribalistischen Liges können sich niederlassen und werden somit Feudal- oder Clansherrscher. Ein bisschen teuer. Da habe ich fast gar nichts mehr. Hm. Lasse ich mal noch. Was wir noch nicht geschaut haben, ist die Kultur hier. Gibt es dann ja auch die Entwicklung. Kulturoberhaupt. Von Stettin. Aha. Häuptling Bretislav. Der ist Kultur. Der Herrscher dieser Kultur hat die meisten pommerischen Grafschaften in seinem Reich. Drei. Ihr habt zwei. Alles klar. Wir müssen uns noch erweitern. Die Erbteilung lernen wir gerade. So wie es aussieht. Kann das sein? Das ist, weil das hier ausgewählt ist. Außenrum. Ich kann hier auch nichts auswählen aktuell. Okay. Lass mal noch so stehen. Ach, der legt das fest. Was? Ah, der. Kultur überhaupt legt fest, was ausgewählt werden muss. Oder was gelernt wird. So. Und die. Das ist die Kultur. Ritualfeste. Ein Fest mal auszurichten. Geheilte Natur. Aha. Gold kostet mehr. Also Gebäude bauen kostet mehr. Gemeindeverpflichtung. Mhm. Jetzt gucken wir doch mal ganz kurz unsere Gemeinden an. Hier sehen wir das. Entwicklung 2. Kontrolle 100. Volksmeinung plus 5. Ich glaube, das ist gut. Wir können noch eins weiter gehen. Das sieht hier genauso aus. Und hier ist es auch so. Das würde dann natürlich bei einer Eroberung anders aussehen. Klar. Okay, dann machen wir das. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und versuchen uns dann mal im ersten Krieg gegen die Bösen. Häuptling und Ratspitzel kooperieren. Stratz hat 30 Meinungen von euch erhalten. Der durchschnittliche Ränkespielwert eures Häuptlings hat diesen Glücksfall verursacht. Sehr gut. Das läuft hier immer noch. 17 Monate. Mhm. Okay. Fraktion gibt es keine zum Glück. Dann können wir das hier alles erstmal weg machen. Was hier oben haben wir gesehen. Das sind... Ja, einmal unsere nette Dame. Aus dem Rat. Die müssen wir noch irgendwie dann beeinflussen. Können wir auch noch Anspruch auf Gemeinde für gehen mit ihr später. Und der Rest steht schon ganz gut da. Das kriegen wir schon hin. So, okay. Dann verbleiben wir so. Versuchen uns Volga, Werle zu erobern. Nächste Folge. Wird auf jeden Fall spannend. Ob wir es hinkriegen. Mit unseren Champions. Mit unserem Gefolge. Und dann sehen wir uns. Bis dann. Ciao, ciao. Eier van Bergen.